Und es gibt keine Lebensvariante, die nicht existiert, sondern alles existiert parallel gleichzeitig. Jede Wirklichkeit. Entschuldigung, Entschuldigung, die Polizei ist gerade da. Die Polizei ist gerade da. Ja, ja. Und jetzt? Schau mal bitte auf. Ja, ich weiß nicht, was los ist. Das ist doch gerade ein Schiff. Ich weiß nicht. Guck mal, wir haben vorhin über Angst gesprochen. Moment, hier ist gerade die Polizei, bricht gerade die Tür auf. Polizei! Polizei! Ich will die Hände sehen, auf den Boden, auf den Boden, runter, beide! Runter, auf den Boden! Polizei! Geh runter! Wir beide nach oben! Stopp beim Boden! Den Hund wegziehen! Den Hund wegziehen! Die zweite Person hier, aber unten liegen bleiben. Wie sind Ihre Namen? Wie heißen Sie? Wie heißen Sie? Ich bin Andreas Noack. Sonst irgendwelche Messe am Hafen irgendwas einstecken? Nein. Komm, die wieder aus. Ja, wir sind hier oben drinnen, selber. Und jetzt habe ich den Boden drinnen. Hey, 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 hey! , hey, hey! Hey, 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 hey! Geh runter, geh runter! Ja, auch nicht, ich hab runter. Ich kann sie hier übernehmen, Siron, eine Person sichern. Also, Siron macht sie das riesige Weihnachten. Hey, wie sind Ihre Namen? Robert Stieger. Mach unten so mal weg. Wie sind Ihre Namen? Robert Stieger. Ihr Name? Ich heiße Andreas Nuack. Wie bitte? Ich bin Andreas Nuack. Ich bin der Fall in der Nase. Imagine ich meine Nachdenklinie. Das ist meine Nachdenklinie. Kommt, wir sind. Können Sie sagen, wir subsistent. Mane Sie hören? Vielen Dank. Vielen Dank.